Heute ist Dragons Dogma 2 erschienen und direkt zum Release gibt es so einen richtigen Shitstorm. In den Tests wird Dragons Dogma 2 gefeiert. Auf Metacritic hat das Spiel einen Metascore von 90 und das Label Must Play. Auf Steam hingegen pendelt das Spiel um die 40% und damit zwischen ausgeglichen und überwiegend negativ. Was zur Hölle ist hier los? Wie kann es zu dieser Diskrepanz kommen? Das Ganze ist eine Mischung aus Dummheit, Unverschämtheit, Unfähigkeit und schlechtem Design auf Seiten von Capcom und gleichzeitig berechtigtem Ärger, Missverständnissen und auch teilweise bisschen unberechtigten und übertriebenen Ärger auf Seiten der Spiele. Und das Ergebnis ist dann eben diese 40%, 39% auf Steam. Es lohnt sich aber mal diese einzelnen Bestandteile wirklich genau anzuschauen, um zu verstehen, was da als Gesamtes passiert ist. Und damit man auch richtig einschätzen kann, was das eigentlich bedeutet. Fangen wir mal kurz mit der Unfähigkeit an, wie ich es nennen würde. Und damit meine ich den technischen Bereich. Die Optimierung bzw. die fehlende Optimierung oder auch die Grundlagen, dass das Spiel einfach nicht so gut läuft, wie man es erwarten sollte. Es sieht recht gut aus, aber ist auch nicht super überwältigend. Das ist jetzt kein grafisches Bombast-Spiel. Und das Problem liegt auch eher in der Berechnung dahinter. Das liegt daran, dass gute Grafikkarten gar nicht mehr so viel Frames bringen. Das ist eher CPU-begrenzt, weil die Berechnungen, die vor allem für die Pawns stattfinden und auch für die ganzen NPCs und die Umgebung anscheinend so komplex sind, dass es einmal auf den Konsolen mit unlockt 30 FPS läuft. Das ist das Ziel, aber auch da öfter mal drunter fällt und damit sehr unruhig. Und es gibt keinen Performance-Mode, wo man das vielleicht drunter stellen kann und dafür höhere Frameraten erreicht. Und auch auf dem PC, selbst mit Top-PCs, gibt man mal immer wieder unter hohe Frameraten unter 60. Das ist für das Gebotene einfach nicht akzeptabel. Das Spiel sieht nicht gut genug dafür aus, dass das irgendwie okay wäre. Und auch, wenn so viel Brechenkraft für die Pawns anscheinend draufgeht, so toll ist die KI nicht. Also ich habe eher das Gefühl, dass die ganz schön viel Quatsch machen. Die machen schon ganz schön coole Sachen. Und so eine Party zu simulieren, dass sie das gut anfühlt und auch von den ganzen Spielelementen auseinandergreift, ist nicht einfach. Und manchmal ist es richtig geil und finden coole Kombinationen statt, aber oft genug auch nicht. Das ist nicht konsistent genug. Und das kann nicht so aufwendig sein. Das ist einfach nicht gut genug optimiert. Darüber sind die Leute ein bisschen sauer. Das ist ein kleinerer Bestandteil, aber den wollte ich am Anfang erstmal aus dem Weg nehmen, weil er durchaus auch mit in die Bewertungen rein spielt. Kommen wir als nächstes zum schlechten Design. Auch das ist nicht der absolute Mega-Knackpunkt, der hier verantwortlich ist für die negativen Bewertungen, aber er spielt da mit rein und ist auch ein bisschen für die Missverständnisse mitverantwortlich. Und ich rede davon, dass die Designentscheidung getroffen wurde, dass man nur einen Charakter haben kann. Nur einen. Und auch nicht verschiedene Profile. Man kann, wenn man das Spiel jetzt normal spielt und startet, kann man einmal ein New Game starten, sich einen Charakter erstellen und den hat man dann. Man kann, wenn man das Game jetzt nochmal startet, nicht ein anderes Spiel starten nochmal von vorne. Man kann keinen anderen Charakter anlegen. Man kann nicht mehrere Profile haben mit mehreren Charakteren. Wirklich nur diesen einen Charakter. Das klingt so krass. Also es wurde auch in den Tests mal wieder berichtet, dass es nur ein Save-Game gibt. Und das ist ähnlich wie bei den From-Software-Spielen oder anderen Games. Bei den Baldur's Gate 3, wo man das in dem Hard-Mode hat, in dem Honor-Mode, nicht Hard-Mode, dass du halt da kein Save-Scumming in dem Sinne betreiben kannst. Das geht dir sogar wieder ein bisschen, weil du kannst an verschiedenen Stellen speichern, in der Taverne oder auch mal zwischendurch. Und ich kann sogar dazwischen entscheiden, welchen Spielstand du laden möchtest. Also nicht so, dass du mit jeder schlechten Entscheidung leben musst. Aber womit du leben musst, ist, dass du nur einen einzigen Charakter hast. Und das ist so dumm. Selbst wenn ich alleine spiele, möchte ich doch mal zwischen den Charakteren switchen. Aus welchen Gründen auch immer. Das Klassensystem in Dragon's Dogma 2 ist ziemlich flexibel. Also ich bin gar nicht so festgelegt, sondern ich kann zwischen den Klassen, den Laufbahnen wechseln. Dann gibt es auch New Game Plus. Also ich habe ganz viele Möglichkeiten. So oft ist der Bedarf für neuen Helden gar nicht da. Aber es kann ja trotzdem sein, dass ich einfach das Spiel nochmal von vorne erleben möchte mit einem Level-1-Charakter. Und solange ich nicht in die Dateistruktur gehe, also zum Beispiel auf Steam in die Unterordner, die Dateien da wieder lösche und dann auch Cloud-Saving ausmache solange, damit das nicht gleich wieder überschrieben wird, kann ich das nicht machen. Und selbst wenn ich diesen Weg gehe, ich gehe in die Ordner und lösche da das Savegame oder kopiere es da weg, ist das ja nervig. Weil dann muss ich beim neuen Start, da werden auch unter anderem die ganzen Grafikeinstellungen und die Steuerungseinstellungen gespeichert, muss ich das wieder neu machen. Ich kann ja auch nicht dann zwischen mehreren wechseln. Was ist denn, wenn ich einen PC habe und da spielen mehrere Leute dran? Ja, mein Bruder, meine Mutter, keine Ahnung, ist ja wurscht. Ja, mehrere Leute an einem PC geht auch nicht. Den Konsolen genau das Gleiche. Da kann man auch den Spielstand löschen, aber da kannst du nicht so leicht wie auf dem PC, den nochmal rüber kopieren. Auf dem PC kann ich eine Sicherheitskopie anlegen und mit Umwegen sozusagen, vielleicht später auch mit Mods, dann zwischen diesen Laufbahnen und Charakteren switchen. Aber das geht jetzt nicht. Total bescheuerte Entscheidung und es gibt auch keinen einzigen, es ist wirklich keinen einzigen Grund. Null, Zero, Nada. Dumm, 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 dumm. Und der letzte große und auch entscheidende Punkt hier ist die Unverschämtheit von Capcom. Und mit der Unverschämtheit meine ich die DLCs, die sie zum Start von Dragon's Dogma 2 anbieten zum Kauf. Und die Preise bewegen sich da zwischen 4,99 Euro und 99 Cent. Und was bieten sie an? Sie bieten Riftkristalle an. Damit kann man im Spiel Vasallen anheuern und Spezialobjekte kaufen. Sie bieten Lazarussteine an. Damit kann man wieder von den Toten auferstehen, wenn man gestorben ist und muss nicht das letzte Savegame laden. Sie bieten Zielkristalle an. Das sind Zielmarkierungen für die Schnellreise. Oder wenn man Schnellreise nutzen möchte, braucht man die. Und sie bieten hier Kunst der Metamorphose. Das ist ein ganz besonders wichtiger Punkt, über den wir gleich sprechen. Kerkerschlüssel. Das ist auch in der Deluxe Edition mit dabei. Da kann man ein Tor schon frühzeitig aufmachen. Und dann ein paar andere Kleinigkeiten. Und das ist unverschämt, weil es einfach ein Singleplayer-Spiel ist und da so viele DLCs zu erscheinen, die direkt auf das Gameplay ja Einfluss haben. Und es ist auch gleichzeitig Dummheit an mehreren Stellen. Fangen wir doch damit an, dass das einfach gar nicht notwendig ist. Man braucht das zum Spiel nicht. Ich habe das Spiel so gespielt und ich habe den Microtransaction-Shop nicht mehr angeguckt. Den gibt es auch tatsächlich im Hauptmenü, wenn das Spiel startet. Ich habe den einfach übersprungen. Der ist gar nicht so richtig mir ins Auge gefallen, weil mich sowas nicht interessiert. Und diese Sachen, die man jetzt hier sieht, waren in der Version, die ich zur Verfügung hatte, vor dem Release, nicht dabei. Die habe ich nicht gesehen. Deswegen wusste ich das nicht. Sonst hätte ich das vielleicht auch schon früher mal angesprochen. Das ist eine Unverschämtheit. Unverschämt und dumm. Man braucht es zum Spielen nicht. Man braucht die Riftgestalle nicht. Man kriegt genug davon. Lazarussteine findet man auch relativ viele davon. Diese Kunst der Metamorphose, damit kann man seinen Charakter bearbeiten. Da kann man sein Aussehen bearbeiten. Und da können wir gleich noch darüber sprechen, weil das wichtig ist mit diesem einen Charakter eben. Aber das kannst du super früh im Spiel kaufen. Nach kurzer Zeit schon. Das kostet da, glaube ich, 500 Gold. Und 500 Gold ist ein Witz. Ich glaube, nach ein, zwei Stunden schon mit 20.000, 30.000 Gold rum oder noch mehr. Dass ein 500 Gold hat, echt nicht viel. Aber das Argument, das ist im Spiel nicht so wichtig, das kann man sich ergrinden und so weiter, das zieht meiner Meinung nach nicht. Weil das Problem ist immer, immer, wenn du Spielelemente hast und wenn du Gameplay-Mechaniken hast, dann sollen die eigentlich hundertprozentig darauf ausgelegt sein, dass sie dem Spiel zugute kommen. Sie sollen Spaß machen. Sie sollen herausfordernd sein. Sie sollen für das Spiel interessant sein. Alles, warum man halt eine Spielmechanik macht mit dem Gedanken des Spielers an erster Stelle. Und sobald du irgendwelche Mikrotransaktionen einführst, die darauf Einfluss nehmen, dass du halt irgendwelche Sachen, die du dir ergrinden musst, wie Riftkristall oder Dazarus-Steine, dass du die dann auch kaufen kannst. Oder dass du sowas hier wie Kunst der Metamorphose deinen Charakter bearbeiten kannst. Auch wenn das dann nicht stattfindet, hat das potenziell immer Einfluss auf das Spieldesign. Weil wozu sollte ich mir das denn kaufen, wenn es im Spiel unnötig ist, wenn ich nicht genug grinden kann. Wenn die Balance im Spiel perfekt ist, zwischen Herausforderungen und wie viel ich solche Sachen bekomme, dann weicht das ja immer auf. Das macht das Spiel ja immer schlechter. Entweder macht es das Spiel schlechter, weil beim Spieldesign das dann ein bisschen, ja, ein bisschen knapper gemacht wird, die Ressource, dass die Leute vielleicht eine Motivation haben, sich das zu kaufen. Oder es weicht das in die andere Richtung auf, dass wenn man sich das kauft, das Spiel zu einfach wird. Hat natürlich ein bisschen derjenige Schuld, der das selber macht. Aber trotzdem ist das immer schlechtes Spieldesign. Und in diesem Fall kann ich wirklich sagen, es ist nicht notwendig im Spiel. Also was heißt nicht notwendig? Also ich brauche das nicht. Ich habe das Gefühl, dass das herausfordernd ist. Ich hätte natürlich immer gerne mehr Riftkristalle, mehr Lazarussteine, mehr Gold, mehr Zielkristalle. Aber es fühlt sich im Spiel nicht so an, als würde das irgendwie fehlen. Und da kommt ein bisschen die Dummheit von Capcom, meiner Meinung nach, mit ins Spiel. Weil das anzubieten, weckt ja sofort irgendein Bild bei den Leuten. Es erweckt sofort den Anschein, okay, brauche ich das? Warum wird das angeboten? Warum gibt es überhaupt so viele DLCs? Und die das noch nicht gespielt haben, können es ja gar nicht einschätzen, sind aber erst mal angekackt vom Spiel, sind sauer. Das heißt, Capcom erschafft so viel negative Stimmung zu dem Spiel, völlig unnötig, weil es es nicht braucht. Ich weiß nicht, es sei denn, sie verdienen irgendwie Millionen mit ihren DLC-Verkäufen hier, dann lohnt es sich für sie vielleicht dann doch. Ich finde es immer noch bescheuert. Und ich will das halt in meinen Spielen nicht sehen, weil es potenziell immer negativen Einfluss auf das Gameplay, auf die Spielmechaniken haben kann. Und da habe ich zu wenig Vertrauen in die meisten Publisher. Denn wenn irgendwas negativen Einfluss haben kann, dann hat es das meistens auch. Und deswegen sind die Spieler auch zu Recht sauer, dass es diese ganzen Sachen gibt und sind davon genervt. Als nächstes möchte ich nochmal getrennt auf den Punkt eingehen, den ich unter Missverständnis einsortieren würde. Aber der hat auch mit Dummheit und Unverschämtheit zu tun von Seiten Capcom. Aber da haben sie selber Schuld. Was ich meine, ist eben dieser DLC oder dieses kleine Ding, was man sich kaufen kann, die Microtransaction, Kunst der Metamorphose bearbeitet einen Charakter. Das kann man sich jetzt kaufen, erst mal hier eben für 1,99 und dann kriegt man dieses Buch und damit kann man das Ausdesign des Charakters bearbeiten. Man kriegt das auch im Spiel. Ziemlich früh, ziemlich billig. Man muss das wirklich nicht kaufen. Aber für jemanden, der das Spiel noch nicht hat oder gerade das angefangen hat, sieht es natürlich so aus. Als wäre das vielleicht irgendwie notwendig. Und da kommt das ja mit der anderen dummen Designentscheidung von Capcom zusammen, dass sie dir nur einen Charakter erlauben. Nur einen einzigen fucking Charakter, was unfassbar dämlich ist. Und jetzt hat sich halt bei vielen das so eingeprägt und es spricht sich so rum und das ist halt auch eine falsche Information sozusagen, dass man das braucht und dass das so ein alternativer Weg ist, praktisch um mehrere Charaktere zu haben. Dass man nur so seinen Charakter bearbeiten kann und dass das durch diese Designentscheidung, nur einen Charakter haben zu können, praktisch erzwungen wird. Aber da kommt halt die Dreistigkeit der Microtransaction mit der dummen Designentscheidung, der schlechten Kommunikation und diesen ganzen, diesen Batzen zum Release rauszuhauen bei dem Unwissen der Spieler und alles kommt zusammen und führt zu diesem perfekten Shitstorm. Und ich will überhaupt nicht hier die Verantwortung irgendwie da von Capcom nehmen. Dieser Shitstorm liegt komplett in der Verantwortung von Capcom. Das ist einfach alles dumm, dämlich und schlecht. Eine kleine Ergänzung, die ich noch später machen möchte, weil mir noch was beim Schneiden des Videos aufgefallen ist, das eben auch dazu führt, dass die Leute das Gefühl haben, das wäre ein wirklich essentieller DLC, den man sich ja kaufen muss und der wäre zwingend. Es ist so, wenn man jetzt ein Spiel startet und man möchte nun mal vielleicht die Option einstellen, die Grafik mal austesten, weil man nicht weiß, wie gut läuft das Spiel überhaupt. Den Sound einstellen oder man probiert irgendwie einen verrückten Charakter aus. Immer zum Spaß, macht so einen völlig hässlichen Typen. Und dann denkt man sich, okay, jetzt bin ich bereit für das Spiel und starte das richtig und merkt dann, ich kann das Spiel gar nicht nochmal starten. Ich kann nicht neuen Charakter anlegen. Ich habe nur diesen einen Typen. Und dann denkt man natürlich, okay, um das zu ändern, brauche ich diesen DLC. Ich muss mir jetzt für 1,99 dieses blöde Buch kaufen. Wenn man normal spielt, ist das halt nicht der Fall, weil man das im Spielverlauf bekommt, auch relativ früh, aber nicht direkt zum Start. Und je länger man darüber nachdenkt, desto dümmer wird das Ganze. Das ist wirklich unfassbar von Capcom. Also einerseits ist es schon dann ein Missverständnis, das in dem Sinne nicht richtig ist, dass man das nicht wirklich braucht. Aber es ist doch ein real existierendes Problem, dass man gerade zu Beginn des Spiels eben nicht so leicht seinen Charakter austauschen kann. Die Frage ist natürlich jetzt, was das für euch als Spieler bedeutet. Und das müsst ihr einfach für euch selber entscheiden. Ich will euch halt einfach die Informationen geben, dass ihr da eine gute Entscheidung treffen könnt. Weil es ist ganz klar so, ihr braucht nichts von diesen Microtransactions. Nichts. Alles bekommt ihr in ausreichender Menge im Spiel. Die Kristalle, die Lazarussteine, die Kunst der Metamorphose und so weiter. Also ihr braucht das nicht. Ihr könnt das gut so spielen. Und ihr könnt das einfach ignorieren, dass es diesen Knopf im Spiel überhaupt gibt. Aber ich kann genauso gut verstehen, wenn jemand sagt, ich finde dieses Verhalten scheiße. Ich finde diesen prinzipiellen Interessenkonflikt zwischen Mikrotransaktionen, die auf das Gameplay Einfluss haben und Sachen, die eigentlich rein auf das Gameplay und auf die Mechanik eben beschränkt sein sollten. Ich finde diesen Interessenkonflikt nicht gut. Und ich finde es auch nicht gut, wie Capcom das hier handhabt, diese Anzahl und den Preisen und das direkt zum Release. Man will deswegen ein Spiel nicht unterstützen. Oder mich nervt das im Spiel auch nur, wenn ich weiß, dass es existiert. Ist auch genauso eine legitime Entscheidung. Wichtig, wie gesagt, am Ende nochmal zu wissen, dieses Gerücht, das umgeht, dass man praktisch seinen Charakter nur verändern kann, wenn man den DLC kauft, dass man nur dann auch irgendwie die Möglichkeit hat, mehrere Charaktere anzulegen und dass das dadurch irgendwie behoben wird. Das ist eben ein Missverständnis, dass ein bisschen diese stille Post, die stattfindet, wo Capcom absolut selber Schuld dran hat. Aber das solltet ihr zumindest besser wissen. So, ich habe mich jetzt auch wirklich geärgert darüber, über diese ganze Kontroverse, weil diese unnötig ist, weil es eigentlich ein schönes Spiel ist. Aber diese ganzen Mikrotransactions halt echt dumm sind. Und ich will das auch nicht mehr sehen. Ich finde auch, der Gegenwind ist berechtigt, weil die Leute, und die Publisher und die Entwickler und die Manager, die dafür verantwortlich sind, sollen merken, dass das nicht gut ankommt. Und dass es auch ihrem Spiel schadet. Und dass sie vielleicht nächstes Mal dran denken, ja, vielleicht machen wir das eben nicht. So, um mich jetzt abzuregen, trinke ich mal schön ein Glas Holy, habe ich hier stehen. Das ist mein Kooperationspartner hier auf Martin Spiel. Die machen Eistees und Energydrinks, also mehr Energie brauche ich jetzt nicht, und Hydrationdrinks. Ich trinke einen gechillten Eistee, und zwar Erdbeer-Kiwi, einer meiner Lieblingssorten. Und ich würde euch empfehlen, das auch mal zu probieren. Das ist ein wirklich gutes Zeug, schmeckt sehr lecker, ist ohne Zucker und künstliche Aromen und so ein Quatsch. Und es gibt ein gutes Starterpack, wo ihr ganz verschiedene Sachen mal ausprobieren könnt. Eine Menge, verschiedene Geschmacksrichtungen in einem Paket. Der Link ist unten in der Beschreibung. Und wenn ihr noch meinen Code Martin5 beim Kauf benutzt, kriegt ihr noch 5 Euro Rabatt. Schaut euch das mal an. Das lohnt sich. Davon gönne ich mir jetzt einen großen Schluck. Das müsst ihr zum Glück nicht mehr mit anhören, wie ich hier reinschmatze und blubber. Und dann beruhige ich mich ein bisschen. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.